Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau am 05.05.2023. Ich werde nicht der Einzige sein und wahrscheinlich auch nicht der Letzte, der diesen Fall hier nochmal aufgreift. Ja, es ist schon nach wie vor immer Plan A, Plan B, Plan C. Darum geht es, aber nicht nur darum, wieder zu beschauen, anzugucken bei VK, Bitshoot, Odyssee oder Rambl. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss!